Musik Wir starten heute die Serie Gartenfreund. In dieser Sendereihe werden wir Ihnen Tipps und Tricks für die Pflege Ihres Hausgartens geben. Spezialisten werden Sie in Fachfragen beraten und Nützliches und Praktisches zur Pflanzengesundheit verraten. Musik Denn nur an gesunden Pflanzen reifen gesunde Früchte. Heute haben wir folgende Tipps für Sie. Lagern Sie für den Winter kein Fallobst ein. Durch Verschmutzung des Obstes ist die Lagerfähigkeit und Verwertbarkeit stark beeinträchtigt. Sofortiger Verzehr ist erlaubt. Wenn Sie auch nächstes Jahr gute Steinobst ernten wollen, dann sollten bereits jetzt im Herbst die Bäume mit kupferhältigem Pflanzenschutzmittel in einprozentiger Konzentration gegen Pilzkrankheit behandelt werden. Tragen Sie das Mittel am besten auf, wenn die Hälfte der Blätter bereits abgefallen ist. Diese Serie wird unterstützt vom Landesverband für Pflanzenschutz im Burgenland, den Spezialisten für gesunde Pflanzen. Sie erreichen uns unter 026 82 702 650. Musik 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 Musik